Warum? Wir haben alle zum Feind! Wow, what the fuck! Wuhuuuh! Explosionen! Iiiiiiieaaaa. Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's play von Sails Row. Ich meinte natürlich viel! Mit dabei... Der Toastbret! Genaau! Er kennt mich ja doch, oder? Er kennt mich doch noch. Du hast mir heute übrigens eine Nachricht in Skype geschickt, bezüglich Saints Row, und das war? Hä? Ich hab mir das, ähm, ähm, äh, the Dings, den Season Pass geholt. Ne, das andere, das ist unwichtig. Modding Support. Danke, genau. Boah, du, boah, das ist ja gut in Ausweichen, oh. Zack! Äh, also ihr habt's gehört, es wird Modding Support geben, ich bin mal echt gespannt, was für Mods da so rauskommen können. Duuuhh! He, 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 he. Bubble, bubble, oh. Yep, da fliegen wir jetzt rein. Okay, das hat es da. So schön. Schau mal. Ja. Ähm. Spiel. Hör auf mich zu verkack eiern. Ah! Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo? Nein! Was the fuck? Ich bin oben. Nein! 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 ilicino, irgendwie stecke ich fest, oder auch nicht. Ich, äh, stecke fest, irgendwie. Ach komm schon! 163 Datensammlungen, ich geb mal ein paar Punkte aus. Und ich aktiviere es. Jo epic, jo epic und jo fein, jo muchachain. Definitiv. Hell yeah, that's what I'm talking about. Come on by for a proper congratulation. 3, 2, 1, start your engine. Oh, man. Touchdown! Äh, hast du mich gerade runtergekloppt? Irgendwann später. Ja. Wo ist denn hier mal eine Friendly Feier? Warum kann man die Sexpuppe nicht anflirten? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Wir hätten einen wunderschönen zweiten Term gehabt, Keith. Für eine superiorere Intelligenz, diese Wehrung muss mit dem höchsten Bitter kontraktiert werden. Was? Sobald ihr wisst, das Kühlschrank funktioniert nicht so, wie wir auf der Erde used to arbeiten. Well, ich könnte hier sitzen und mit dir sprechen, oder keep anything on this ship from exploding and killing us all. Your choice. Hey Kinsey, you wanna fuck? Let's go. Zurück in die reale Welt. Ich meinte zurück in die digitale Welt. Ahahaha. 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 Das ist oft. Ich will auch Bin Laden hacken. Ich hab gesagt, ich will das machen. Gut. Keine Angst, Leute. Alles unter Kontrolle. Hin und her. Das ist nicht schwer. Okay, jetzt. Ah ja, okay. Äh. 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 Und äh. Äh. Und äh. Und äh. Kinsey's Job ist easy. Guck mal. Ja? Ist da eine Cop-Konvention, die ich nicht weiß. Ups. Du musst den Sicherheitsalarm haben. Und das wird jederzeit passieren? Ich denke, ich kann das Außen-Sicherheitsprogramm aus dem Rest der Stärken. Also nein, das muss nicht wieder passieren. Danke. Jetzt ist es Zeit, die Füße zu verletzen. Äh. Nein, warte. Nicht. Ich will sehen, wie ihre Reaktionsprotokolle funktionieren. Oh, sicher. Weil es ist mir, die mich aufgerufen hat. Weine, weine, weine. Aber Zukunft Funk ist immer wieder. Na? Ich wollte gerade sagen, nicht aussteigen hier. Wo sind sie hin? Oh, oh. Oh, oh. Was für, oh, oh. Das sind doch so Sinnjag. Aber ernsthaft, die haben alle sich. Noch weiter aufstocken. Hier sind schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wagen. Und ein Kuckoo. Der hat eine coole Farbe. Den muss ich jetzt einfach mal nehmen. Lasst mich den Wagen speichern und mich in Ruhe. Nein. Nein. Halt an. Schau mal, schau mal auf das Goldflotten-Robot-Thing. Ich glaube, es kontrolliert das Sicherheitsprogramm hier. Ja, so. Also, wenn du das Goldflotten-Orbe und es schaffst, dann sollte der Zinn nicht mehr sehen, wie ein immediateter... Komm her, ihr kleine Sch***. Kanzi, ich habe es gemacht. Wie hast du das gemacht? Hintergelaufen und gedrückt. Wie der da oben. Egal, wie das doch geht. Das war ja wirklich eine Star... Was ist das denn für ein Pokéball? Komm her. Komm her. Masterball. Hab dich. Icegibby. Es gibt viele Dinge, die du an den Brixen machen kannst, damit ich es umsetzen kann. Auch, ich sollte einen Upgrade zu deinem Blast mit diesem. Klar, warum nicht? Nichts Wolle. Ich bin sicher, dass ich das umsetzen kann, um unseren Nehmen zu unterstützen. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Für eine superiorere Intelligenz, diese Wirkung muss man mitbekommen. Sack. Doch, wo müssen wir jetzt hin? Ähm, Arsch der Welt! Ja, okay. Okay, äh, das ist aber... Neh, mich. Ne, 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 ne. Das bleibt schön kaputt. Oh, la, la, la. Ihr wollt's nicht anders. Schmeckt die Power! Gehört doch alle zum Feind! Boah, what the fuck. Boah, what the fuck. Wuhu! Explosionen! Da fuk. Wo fangen wir überhaupt? Motorrad mit den Klappen. Robbies. Weil's cool aussieht, kannst ja mal in echt ausprobieren. Nope. warte auf die zielperson die zielperson ist aufgetaucht wollt ihr mich verarschen wo ist der kopf okay ich werde dich wo bist du nichts da so ein klo das blutet auch nicht schlecht du lebst noch ist er weg ist aber gut ausgewichen das ging aber schnell und sei nicht beschäftigt danke was ist das 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 was will schinken du hast mich richtig gehört total jens du lebst noch so und nicht was ist hier in der nähe es ist eine kostbare präsenz es ist aber nicht diese attacke was es auch immer ist wir werden es bald erfahren ich werde jetzt dann auch mal ein bisschen upgraden hier upgrade bonus bargeld erhöhung bonus ep bonus hackenbelohnung bonus des bonuses ich habe dafür kein geld mehr moment ich habe noch was auf der bank glaube ich oder ja 20.000 ist ja gar nichts was war da y um was mitstreiter rekrutieren ach so du bist ja okay das should give me a better gateway into keeping an eye on things inside bake steel port here's that upgrade i promised you thanks sweet wo auch immer hin you will need to leap from platform to platform by changing the red platforms to blue the power connection to this simulation will remain open the closer you land to the center the stronger the connection if you don't start telling me how you can help me save my friends i'm walking i know how to navigate the zin systems and travel between them if you can find the right simulation i can open a gateway between that one and yours why would you want to help me you don't even know me because i have no love for the zin as i was once their prisoner too because i have no love for the zin as i was once their prisoner too i have been stuck inside the zin simulations creating rifts which cause chaos for zinda though the zin inevitably shut them down looks like you already got this covered what do you need me for your health ensures i am able to keep them open permanently a benefit to us both this doesn't seem dangerous why don't you do it yourself my body has long since died i implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago how can you open a gateway if you're dead i cannot that is not unless you find me a physical mobile form i can download my memory matrix into first what i just take your word for it unlike funerals i keep my word and pay my debts besides you know you need me i understand somehow my upgrades don't work no they are also slightly damaged here but i have to say that the other dubstep is working on k12 that's right not just a bad thing let's say ne bam i had to jump on the flashy lights can you help me kill zinjak already my access code is 1331 use it when you find me a suitable form ja spalte ja ja also w Fall hat ihr jetzt geglaubt dass so ne beschreibung kommt nur ich hab gesehen was da abgeht taak taak und ey tack du hast nicht auf mich zu schießen jetzt reicht's mehr die schweren Geschütze fahren auf zu spät In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Well, that's handy. Toppelt F1 drücken, Superkraft Element, schnell wechseln. Ah, burning, burning! More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code that is. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Geh nicht so komisch! These guys suck! Nope. Hey, that's actually, also from here, also aus meinen Ohren, hat sich das fast so echt angehört, wie das Originale. The Zinn are using CIDs to bring a downed hotspot online. Once you have a CID from them, get it to a safe spot and wipe its old programming, so the AI can upload its personality into the new shell. Is this normal? Just shoot him and loot him, huh? Sure. Go with that. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Zinn while trying to hack that device. I don't understand. I wonder... Is there some way to get this AI a body in the real world too? At this point the AI is purely information. He's entirely digital. You could download him to your phone if you wanted. Why? Does he want a body? Well, the alternative is staying trapped in the simulation, so... Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. Along with the CIDs, the Zinn are transporting a prototype for a contained forced recursive feedback projector. Kenzie, sometimes I swear you make this stuff up as you go. Imagine a gun that fires a bullet that bounces from one target to another, to another, to another, like a pinball racking up a billion points. Ohhhh. Boy, is he cool. Be careful not to damage all the CIDs. I don't know when or if we'll get another chance to get one of these. Hey, relax. I got this. Which CID should I take? It doesn't matter. Just pick one. Oh fuck. What did you do? I touched it. Well, touch it different next time. Jesus, Kenzie! Don't pin this on me! These things aren't right. God damn it! Don't you explode on me. Yeah! Finally! Quick, get to a safe spot so you can crack it open. How far do I need to go? Just away from the Zinn. Pick someplace they won't find you. How quick can we get this thing rewired? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. Okay. How about this spot? Keep an eye out while I work on this. I guarantee the Zinn have a way of finding these devices remotely. Looks like they've found us. Don't let them take the CID! Work fast. Oh, hey! I found the tracking device. Just get it done! Would you like to take over? I could shoot aliens for a while. That wouldn't go so well for you. There we go! Kinzie, tell me you're close! Almost done. Who's on? Yeah! A little bit more. Okay, CID is cracked and clear for uploading. Inputting the AI code, now. Terrific. How long till the upload is over? 55 minutes. 55 minutes? Don't these things usually take three to five tops? Look, the connection in this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster. Why didn't you lead with that? Because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded. Just tell me, we'll CID download faster. Well, probably, but... Then I'm taking this thing over there. Once CID's online, how long till we can use them to get my crew back? Well, assuming the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first? Pierce? Shondi? We, uh, we're gonna need Matt. Miller? Oh my god, why? Matt's really changed, you know? Joined MI6, helped us with Cyrus Temple. You're gonna be a useful guy. Useful? You got so much on your plate, Kinsey. With all this cyber shit to do, I figure you can use the help. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one, Kinsey. My choice is made. I'm here. Just let me clear these Zinn out first. Flip on the switch, and... All set. Excellent. How much longer? What? Kinsey, you okay? That's just part of the process. There's a potty mouth part of the process? The full download should only take about 16 minutes. Can you do anything to make it go faster? Ich will sehen, was ich finden kann. Es gibt noch weitere Akzesspunkte, die wir nutzen, um die Bandschicht zu erhöhen. Personalentransferung bei 31%. Ich habe einen Akzesspunkt gefunden, der uns zu helfen kann. Geht an ihn und aktiviert ihn. Ich habe ihn aufgenommen. Ich habe ihn erreicht. Es ist ein zweites Akzesspunkt, der noch weiter geht. Okay, ich habe das zweite. Nichts. Jetzt, beide Akzesspunkte sind online. Ist der Download besser? viel schneller. viel, viel zu schnell. viel zu schnell. Es ist aufgelistet. Aufgelistet? Aufgelistet! Geht an ihn und kühlt ihn. Hoppala! Das ist nicht so toll. Äh, wie war das nochmal cool? Okay, okay, wir sind gut. Wir sind gut. Ich habe die Verbindung ein bisschen gewonnen. Es sollte jetzt viel stabil sein. Wie lange auf dem Download? 3 Minuten. Gut. Das wird mir jetzt genug Zeit zu fighten. Was ist mit diesen... ...murderbots? Murderbots? Oh, wow. Ja, Emphasis auf murder. Baby, auf ihm! Oh. Woohoo! Oh! Wonder if we can get Sid a murderbot instead. Do you really want to give some rogue AI an exoskeleton equipped with a compliment of weapons and a history of violence? Probably not. Besides, I already found a real CID body for him on the ship. So, you know, synchronicity. Oh my god, why does this hurt so much? Oh my god, why does this hurt so much? Oh my god, why does this hurt so much? It's full of stars. Huh? Huh? Download complete. Alright. Time to kill us some aliens. Oh god. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Oh, Sid. You say the nicest things. Oh, hi. Hey. He is green. Just when things were going so well. Wo is er denn? Boah, woah, you all! Da! Take him down and I should be able to transfer some of his powers to you. Mist. Meine Laserkanone! Das klappt nicht. Doch. Warum? Woah. Something is definitely happening in my brain. Welcome to being able to move things with your mind. Ha! 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 Schmeckt das, schmeckt das, schmeckt das! Oh, geht nicht. Na gut, dann hoch. Ha! 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 Ha 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 ha! Guessing I want what's inside this thing? Yeah. It has more clusters in it. Pick it up with your mind and smash it open. How cool! Ach, der schon wieder. Okay, now use that power to throw things at the warden and take down his shields. Ach, das geht auch. Gut ausgewichen. Ähm. Okay, was tun, Sprach-Zeus. Zeus sprach und es werde Licht. Moment. Nee, stopp. So. Aufnahme stoppen. Ich würde gern die Aufnahme stoppen spielen. Macht er nicht, will er nicht. Ihr wollt mehr? Na dann abonniert mich doch einfach, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, das würde mich auf jeden Fall unterstützen. Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter. Hause! Und vielen Dank für's Schauen.